Eine Frage, die auch wichtig ist bezüglich dem Fasten, ist, wenn ich mir unsicher war oder bin, dass die Sonne schon untergegangen ist, sodass ich mein Fasten brechen kann und ich schnell mein Fasten gebrochen habe, ist mein Fasten ungültig? Und ja, dein Fasten ist dadurch ungültig, denn du musst dir sicher sein, dass die Sonne untergegangen ist, dass die Zeit von Maghrib eingetroffen ist, dass du dein Fasten brichst. Denn du warst sicher, dass die Sonne da ist und deine Sicherheit kann nur eine andere Sicherheit aufheben. Zweifel können nicht Sicherheit aufheben. Das ist eine Regel in Usul-Fuq. Das heißt, erst wenn du dir sicher bist, dass die Zeit eingetroffen ist und dann du brichst, dann ist es in Shabbatah nicht gebrochen. Aber dadurch, dass du dir unsicher warst, ist es gebrochen und diesen Tag musst du natürlich nachholen.